ich kann nicht zurückgehen das ist doch schnell zu krass gar nicht 1 0 um die fünf Kröten Schatz 1 0 um die fünf Kröten was die Pferde ach guck mal wie er spielt holen wir jetzt auf ooooh das war nicht so die gute John Bro ooooh das war ein Ziel ooooh das war ein Ziel die Kette was jetzt gesehen die GbD user dauernd er war auch immer das war da auch ich will das nicht an fünf Kröten zu machen schon ist der Fall der Kto-Schutz war 30 Kröten damals an der Job das war aber zufrieden das sind die Kröte noch Digga nein, das ist so unlucky, aber auch. Du kanker Wichser, bist du dumm, Digga, was machst du? Digga, ist das wirklich zu cringe? Du bist ein kleiner Hurensohn, du bist ein kleiner Hurensohn. Du bist geschüttet, 3-1. Das hat nicht gezählt. Doch, natürlich zählt das. Du wolltest doch gerade auch Banages holen. Du bist so geschüttet, das geht so in die Tasche. 4-1, 4-1, wir können ja gleich dabbeln. Das ist halt, guck mal wie du spielst. Digga, 5-1. Du hast das safe besseres, nur, als ich. Nein, ich hab keinen Medkin. Ich hab zwei Minis, eine Pepper gehabt. Ja, eine Pepper ist achtmal besser. Ah, das ist wobbly. Ich hab zwei Minis,眉 singing. Ehh,umsorlisch. jetzt gerade der Punkt bei Null oh, das ist natürlich ein bisschen oh nein, das ist so unluckig wir sind so schlecht, wir sind so schlecht oh nein, das ist so unluckig oh nein, das ist so unluckig du bist so unkuckig du bist so unkuckig ich muss gerade ich geh halt rein, Digga warum hast du so kleine Eier? wie kann denn das passieren? hier bist du, Digga also Riesen, ich muss dir hier nochmal GZ sagen danke bei den kleinen Eierwitzel hast du auf jeden Fall gewonnen, Digga danke, Digga ich hab da bist du ne Anführer, Digga was von der kleinen Eierwande ja es ist so cringe, Digga man, Frieda, was geht ich spiel gerade um 5 Kröten gegen Dietrichs wenn ich das gewinne, hab ich schon 10 Kröten ist das schlecht nein, nein nein, nein du bist so scheiße Digga was legt du können noten sohn digga jetzt ist es okay ich nehme nachher ausreichend finger 2 2 2 2 Zwei Flopper! Ja Digger, du bist... Man, mein Mauspert fühlt sich komisch an. Bin einfach zu Pussy. Digger, das ist nur, weil ich Raid on my Punt nicht gemacht hab mit ihm. Aber so unlucky. Digger, der editert auch du, alter Mann, du Nuttensohn! Oh mein Gott, Digger, wie gut! Da krieg ich...